Hallo ihr Lieben, ich bin Mehdi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute erwartet euch ein wundervoll fließender und belebender Yoga Vinyasa Flow, der euch nicht nur ein wenig Sonne in euer Wohnzimmer bringt, sondern durch seine vielen öffnenden Haltungen auch eure Stimmung heben kann und dadurch ein richtiger Wach- und gute Launemacher ist. Wir verbringen etwas über eine halbe Stunde auf der Matte und ihr dürft euch auf eine feine Mischung aus aktiven und entspannenden Haltungen sowie aus bekannten und neuen Yoga-Asanas freuen. Es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn ihr bereits Yoga-Erfahrungen mitbringt, aber ich werde auch viele Varianten anbieten, sodass sich jeder das heraussuchen kann, was er oder sie heute braucht. Als Hilfsmittel könnt ihr euch, wenn ihr habt, gerne einen Yoga-Klotz paratstellen, es geht aber auch ohne. Ja, dann würde ich sagen, auf die Matte und los geht's. Viel Spaß! Wir beginnen im Fersensitz. Roll dir die Schultern nochmal ganz großzügig nach hinten und unten, leg deine Hände entspannt auf deine Oberschenkel, schließ deine Augen und nimm dir hier einen Moment, um ganz bewusst anzukommen. Schieb deine Scheitelkrone aktiv Richtung Himmel, zieh dein Kinn minimal Richtung Brustbein ran und finde hier diese wunderbare Größe und Aufrichtung in deiner gesamten Wirbelsäule, deiner gesamten äußeren und inneren Haltung. Die nächsten 30 Minuten gehören ganz allein dir. Deine Zeit auf der Yoga-Matte, die dich stärkt, zentriert und mit neuer Energie auflebt. Schenke dir schon hier dein erstes kleines Lächeln und dann atme einmal tief ein und aus. Wunderbar! Dann öffne die Augen und lass uns loslegen. Mit deiner nächsten Einatmung heb die Arme über beide Seiten nach oben, Ausatmung, dreh dich auf zur rechten Seite. Einatmung, komm zurück zur Mitte, Arme heben, Blick nach vorn, aus, dreh auf nach links. Einatmung, komm zurück zur Mitte, Arme heben, Ausatmung, nochmal Drehung nach rechts. Einatmen, Mitte, Arme heben, Schultern tief, aus, Rotation nach links. Einatmen, Mitte, Arme heben und Achtung, mit der Ausatmung verschränk die Hände einmal hinter deinem unscheren Rücken. Ein, zieh die Faust nach hinten, heb dein Herz aus und aus, lehne dich nach vorn, Stirn Richtung Boden, zieh die gefaltete Faust nach vorne Richtung Kopf. Bleibe hier für einen tiefen Atemzug, ein und aus. Mit der nächsten Einatmung, richte dich wieder auf, heb den Oberkörper, löse die Verschränkung der Hände und komm in den Vierfüßlerstand. und die Hände sind unter den Schultern, die Knie hüftbreit, die Zehen aufgestellt. Drei Runden Katze Kuh. Dafür atme ein, komm in ein geführtes Hohlkreuz, Blick und Herz heben. Atme aus, komm in den Katzenbuckel, runde den Rücken, zieh den Nabel ran. Einatmen, Hohlkreuz, nimm die Schultern mehr zurück, öffnen. Ausatmen, Katzenbuckel, mach dich so rund wie du kannst, schieb den Boden unter dir weg. Letzte Runde, einatmen, Hohlkreuz, öffnen. Und aus, Katzenbuckel, rund werden. Sehr gut. Nächste Einatmung, finde in den neutralen Vierfüßlerstand. Und dann stell von hier aus, den rechten Fuß seitlich quer zur rechten Seite, auf, so dass sich Fuß und Knie ungefähr auf einer Linie befinden. Einatmen hier. Ausatmung, schieb dein Gesäß nach hinten Richtung linke Ferse, lehn dich zurück. Einatmung, roll auf, schieb dich nach vorn. Aus, zurück, setz dich über die linke Ferse. Einatme nochmal nach vorn. Ausatmung, schieb dich zurück und diesmal bleibe. Entweder verweile hier oder wandere die Hände einmal rüber zum rechten Fuß und schenke dir einen Atemzug in deiner Variante. Sehr schön. Von hier wandere deine Hände nun rüber auf die linke Seite, richtig runter von der Matte, erde die linke Hand, heb dein Becken an und zieh den rechten Arm lang nach oben und über den Kopf. Von hier aus heb das rechte Bein parallel zum Boden und schaffe eine unendlich lange Linie zwischen rechtem Arm und rechtem Bein. Entweder bleibe oder wenn du mehr willst, beug dein rechtes Bein und greife mit deiner rechten Hand dein rechtes Fußgelenk. Schieb den Fuß aktiv in die Hand und kreiere hier diesen wunderschönen Bogen. Öffne dich, aber halte dennoch mit deiner aktiven Mitte gegen. Dann löst das Ganze langsam wieder auf, zieh Arm und Bein nochmal auseinander, atme ein und mit der Ausatmung bring den rechten Fuß zum Boden, richte dich auf und lehn dich einmal rüber zur rechten Seite. Einatmen hier und mit der Ausatmung findet zurück in die Ausgangsposition in unseren Vierfüßler. Andere Seite. Stell den linken Fuß seitlich quer zur linken Seite auf, sodass Fuß und Knie wieder ungefähr auf einer Linie sind. Dann atme ein hier, atme aus, schieb dein Gesäß Richtung rechte Ferse, lehn dich zurück. Einatmung, roll auf, schieb dich nach vorn, Ausatmung zurück, setz dich über die rechte Ferse. Einatme noch einmal nach vorn, Ausatmung, schieb dich zurück und bleibe wieder hier. Entweder verweile oder wandere die Hände rüber zum linken Fuß und dann schenke dir einen Atemzug in deiner Variante. Tief ein und aus. Von hier wandere deine Hände rüber auf die rechte Seite, runter von der Matte, erde die rechte Hand, heb dein Becken an und zieh den linken Arm lang nach oben und über den Kopf. Dann heb das linke Bein parallel zum Boden und schaffe wieder diese unendlich lange Linie zwischen linkem Arm und linkem Bein. Entweder bleibe oder wenn du magst, beug dein linkes Bein und greife mit deiner linken Hand dein linkes Fußgelenk. Schieb den Fuß aktiv in die Hand, öffne dich, kreiere diesen schönen Bogen, diese wunderbare Öffnung und halte dennoch mit deiner aktiven Mitte dagegen. Sehr gut. Dann löse langsam wieder auf, zieh Arm und Bein nochmal auseinander, atme ein und mit der Ausatmung bring den linken Fuß zum Boden, richte dich auf und lehne dich einmal rüber zur linken Seite. Einatmen hier und mit der Ausatmung finde zurück in die Ausgangsposition und von hier aus in den Fersensitz. Schüttel deine Handgelenke einmal kurz aus und gerne nochmal kreisen. Jetzt einfach die Bewegung machen, die du jetzt intuitiv brauchst. Okay. Dann bring die Hände zurück zum Boden, stülp die Füße um und schieb dich von hier aus in deinen ersten herabschauenden Hund. Richte dich hier kurz ein, schieb die Fersen abwechselnd Richtung Boden, schau nach links, schau nach rechts. Behalte die Länge im Rücken und bewege dich dabei ganz frei und intuitiv. Mit deiner nächsten Einatmung roll wie eine Welle nach vorne in die schiefe Ebene. Ausatmung senk über die Knie am Boden ab, Ellenbogen eng. Einatmen, kleine Kobra, lange Nacken. Aus, Stirn zum Boden. Ein, schieb dich zurück Richtung Fersen, stülp die Füße um und aus, Beine wieder strecken, herabschauender Hund. Einatmen hier und mit der Ausatmung komm an den Anfang der Matte. Einatmen, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Ausatmung, ganze Vorbeuge schwer hängen lassen. Ein, richte dich auf, Arme über die Seiten heben und aus, Hände vors Herz, Berghaltung, Tadasana. Wir machen direkt weiter. Atme ein, heb die Arme über beide Seiten nach oben. Atme aus, tauch ab, ganze Vorbeuge. Ein, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Achtung, aus, mach mit rechts einen großen Schritt zurück, Ausfallschritt. Stell die rechte Hand unter die rechte Schulter, öffne dich zur linken Seite und zieh den linken Arm senkrecht nach oben, Easy Twist. Entweder bleibe hier oder dreh dich noch weiter zur linken Seite auf, komm auf beide Fußaußenkanten, lass die rechte Hüfte tief zum Boden sinken und zieh den linken Arm nach hinten. Nächste Einatmung, komm zurück, Easy Twist, linken Arm heben. Ausatmung, linke Hand zum Boden, tritt zurück, Chaturanga Dandasana. Einatmung, aufschauender Hund oder Kobra. Ausatmung, herabschauender Hund. Einatmen hier, aus, komm an den Anfang der Matte. Ein, halbe Vorbeuge, Ausatmung Ganze. Ein, richte dich auf, Arme über die Seiten heben und aus, Hände vors Herz. Andere Seite. Einatmung, die Arme wieder ganz kraftvoll heben, Blick gern Richtung Himmel. Ausatmung, tauch ab in deine ganze Vorbeuge. Ein, halbe Vorbeuge langer Rücken. Aus, links einen großen Schritt zurück, Ausfallschritt. Stell die linke Hand unter die linke Schulter, eröffne dich zur rechten Seite und heb den rechten Arm senkrecht Richtung Himmel. Entweder bleibe oder dreh dich noch weiter auf zur rechten Seite, komm auf beide Fußaußenkanten, linke Hüfte tief, der rechte Arm zieht lang nach hinten. Einatmung, komm zurück, easy twist, rechten Arm heben. Aus, rechte Hand zum Boden, tritt zurück, Chaturanga Dandasana. Einatmung, aufschauender Hund oder Kobra. Ausatmung, herabschauender Hund. Einatmen hier, Beine beugen, Blick nach vorn. Aus, lauf oder spring an den Anfang der Matte. Ein, halbe Vorbeuge, ausatmen Ganze. Ein, richte dich auf, die Arme heben und aus, Hände vors Herz, Tadasana. Wunderbar. Wir machen weiter mit unserer Hauptsequenz im Stehen. Dafür verhake die Daumen ineinander. Atme ein, heb die Arme nach oben, lehn dich leicht zurück. Atme aus, löse die Hände, schwing nach unten in die ganze Vorbeuge, verschränk die Hände hinter deinem Rücken und zieh die gefaltete Faust nach vorn. Nächste Einatmung, heb die Arme, beug die Beine, Stuhl, Utkatasana. Ausatmung, ganze Vorbeuge. Ein, halbe, aus, tritt zurück, schiefe Ebene. Einatmen hier, aus, leg ab, halb oder ganz. Ein, aufschauender Hund oder Kobra, aus, schieb dich zurück, herabschauender Hund. Nächste Einatmung, heb dein rechtes Bein lang nach hinten und oben raus, aus, mach mit rechts einen großen Schritt nach vorn, erde dein linkes Knie und deinen linken Fußrücken. Einatmung, richte dich auf, Arme heben, aus, lass dich tief sinken, Deep Lunge, Anjaneasana. Anjaneasana. richte dich auf, in den Krieger 1 Variante, die Hände bleiben verschränkt. Und mit der Ausatmung, komm in den Humble Warrior, linken Fuß seitlich quer aufgestellt, lass den Oberkörper tief nach unten sinken und zieh die gefaltete Faust noch einmal nach vorne Richtung Kopf. Und dann in der nächsten Einatmung, finde zurück in den Krieger 1 Variante, Arme heben, linke Ferse vom Boden lösen. Und mit der Ausatmung, verlagere dein Gewicht nach vorn, komm in den Krieger 3, in unsere stehende Balance, Hände vors Herz oder zu den Seiten ausgestreckt. Yes. Von hier aus, richte dich langsam auf, finde den Weg in den Stand, zieh dein linkes Knie zu der Rand und dann heb den linken Arm einmal nach oben, atme ein und mit der Ausatmung, dreh dich auf zur linken Seite, streck den linken Arm parallel zum Boden aus. Entweder bleibe hier oder wenn du mehr willst, greife mit der rechten Hand deinen linken Fuß und streck dein linkes Bein senkrecht nach vorne raus. Wir sind flink unterwegs, egal wo du bist, wir wollen weiter in den Halbmond Adha-Sandrasana. Dafür bring die rechte Hand zum Boden oder auf einen Klotz, das linke Bein parallel zum Boden und den linken Arm senkrecht zum Himmel. Sehr gut. Entweder bleibe oder wenn du mehr willst, beug dein linkes Bein und greife mit deiner linken Hand deinen linken Fuß. Schieb den Fuß in die Hand und öffne dich, so wie wir es bereits ganz zu Beginn dieser Einheit am Boden hatten. Wenn du den Fuß hast, löst wieder auf, Arm und Bein nochmal strecken, atme ein und mit der Ausatmung finden wir alle den Weg zurück in Reverse Trikonasana, beide Beine strecken, der rechte Arm zieht lang nach hinten. Nächste Einatmung, beide Arme parallel zum Boden, der rechte Arm zieht lang nach vorn und mit der Ausatmung klapp nach unten für Trikonasana, unser Dreieck, bring die rechte Hand ans rechte Schienbein, auf einen Yoga-Block oder auf den Boden und zieh den linken Arm lang nach oben. Atme ein hier, dreh dich noch ein bisschen mehr auf, blick nach oben zur linken Hand und mit der Ausatmung dreh dich nach unten, Hände links und rechts vom rechten Fuß, die linke Ferse gehoben. Einatmung macht den Rücken ganz lang und mit der Ausatmung schieb dich von hier aus zurück in den dreibeinigen Hund, rechtes Bein lang nach hinten und oben raus. Dreibeiniges Vinyasa hatten wir lange nicht mehr. Dafür atme ein, roll nach vorne in die schiefe Ebene, atme aus, senk ab, halb oder ganz. Ein auf Schonderhund oder Cobra, aus, herabschauender Hund, Ardumukha Svanasana. Ein Zwischenatemzug hier, tief durch die Nase ein und durch den geöffneten Mund wieder aus. Sehr, sehr gut. Bist du bereit für die andere Seite? Dann lass uns loslegen. Atme ein, heb dein linkes Bein lang nach hinten und oben raus. Atme aus, mach mit links einen großen Schritt nach vorn, erde dein rechtes Knie und deinen rechten Fußrücken. Einrichte dich auf, Arme heben. Aus, lass dich tief sinken, Anjane Asana, Deep Lunge. Einatmen hier, Blick heben. Aus, streck dein linkes Bein, lehn dich nach vorn, zieh die Arme zurück, Runner Stretch. Verschränk die Hände ineinander, Atme ein, zieh die Faust nach hinten. Atme aus, lass dich noch ein Stückchen tiefer sinken, verneig dich, zieh die gefaltete Faust nach vorn. Achtung, nächste Einatmung, richte dich auf, Krieger 1 Variante, die Hände bleiben verschränkt. Atme aus, Humble Warrior, rechten Fuß seitlich quer aufgestellt, lass den Oberkörper tief nach unten sinken und zieh die gefaltete Faust noch einmal über den Kopf. Mit deiner nächsten Einatmung, finde zurück in den Krieger 1 Variante, Arme heben, rechte Ferse vom Boden lösen. Und mit der Ausatmung, verlagere dein Gewicht nach vorn, komme in den Krieger 3, in unsere stehende Balance. Die Hände vors Herz oder zu den Seiten ausgestreckt. Von hier aus, richte dich langsam auf, finde den Weg in den Stand, zieh dein rechtes Knie zu der Rand und dann heb den rechten Arm einmal nach oben, atme ein und mit der Ausatmung, dreh dich auf zur rechten Seite, streck den rechten Arm parallel zum Boden aus. Entweder bleibe oder wenn du magst, greife mit der linken Hand deinen rechten Fuß und strecke dein rechtes Bein senkrecht nach vorne aus. Egal wo du bist, wir wollen wieder weiter in den Halbmond, Adashandrasana. Dafür bring die linke Hand zum Boden oder auf einen Klotz, das rechte Bein parallel zum Boden und den rechten Arm senkrecht zum Himmel. Sehr schön. Entweder bleibe oder wenn du wieder mehr willst, beug dein rechtes Bein und greife mit deiner rechten Hand deinen rechten Fuß. Schieb den Fuß in die Hand und öffne dich, so wie wir es heute ganz zu Beginn dieser Einheit schon hatten. Wenn du den Fuß hast, löse wieder auf, Arm und Bein strecken, atme ein und mit der Ausatmung finden alle wieder den Weg zurück in Reverse Trikonasana, beide Beine strecken, den linken Arm lang nach hinten ziehen. Nächste Einatmung, beide Arme parallel zum Boden, der linke Arm zieht lang nach vorn und mit der Ausatmung klapp nach unten fürs Dreieck Trikonasana, bring die linke Hand ans linke Schienbein auf einen Block oder auf den Boden und zieh den rechten Arm lang nach oben. Atme ein hier, dreh dich noch etwas mehr auf, Blick nach oben zur rechten Hand und mit der Ausatmung dreh dich nach unten, Hände links und rechts vom linken Fuß, die rechte Ferse gehoben. Ein, mach den Rücken ganz lang und mit der Ausatmung schieb dich von hier aus zurück in den dreibeinigen Hund, linkes Bein lang nach hinten und oben raus. Dreibeiniges Vinyasa, Einatmung, roll nach vorne, schiefe Ebene, ganz kraftvoll. Aus, senk ab, halb oder ganz. Ein, aufschauender Hund oder Kobra. Aus, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Auch hier noch einen ganz tiefen Atemzug ein und aus, gerne mit einem Säufzer. Dafür atme tief ein und aus. Mit deiner nächsten Einatmung roll nach vorne in die schiefe Ebene und mit der Ausatmung leg ab, komm in Bauchlager. Stell die Fingerkuppen links und rechts außen von deiner Matte auf, dann atme ein, roll die Schultern zurück, heb den Oberkörper für unsere Kobra-Variante. Atme aus, dreh auf nach rechts, linke Schulter tief. Einatmung, Mitte, Oberkörper heben, Schultern zurück, Kobra. Aus, dreh auf nach links, rechte Schulter tief. Einatmung kommt zurück zur Mitte langer Nacken und mit der Ausatmung leg mit Länge ab. Von hier aus streck den rechten Arm zur rechten Seite raus und dann roll einmal rüber auf die rechte Seite, komm auf die rechte Schläfe und stell den linken Fuß außerhalb von der Matte auf. Die linke Hand liegt bequem vor dir, die Augen gerne geschlossen. Spür die Dehnung deiner rechten Schulter und nimm auch die gesamte Drehung im Oberkörper wahr. Atme nochmal tief ein und aus. Dann finde wieder zurück zur Mitte und wir wechseln die Seiten. Streck den linken Arm zur linken Seite raus, rolle rüber nach links, komm auf die linke Schläfe und stell den rechten Fuß außerhalb von der Matte auf. Der rechte Arm liegt bequem neben dir. Die Augen gerne weiterhin geschlossen. Spür die intensive Dehnung deiner linken Schulter und vertiefe deinen Atem. Auch hier noch einen tiefen Atemzug. Ein und aus. Dann finde zurück zur Mitte. Stell die Hände in Brustkorbhöhe auf und schieb dich in die Haltung des Kindes, Arme nach vorne oder hinten ausgestreckt. Genieße diesen Moment der Ruhe und Zentrierung und schenke dir zwei näherende, stille Atemzüge hier. und schieb dich in die Hände und schieb dich in die Hände. Und schieb dich in die Hände. Janu Shishasana streck dein rechtes Bein am Boden aus und bring deinen linken Fuß an die Innenseite deines rechten Oberschenkels. Wenn du mehr willst, komm in den halben Lotus. Dann atme ein, heb die Arme über die Seiten nach oben und mit der Ausatmung lehne dich mit unendlich langem Rücken nach vorn und unten über dein ausgestrecktes Bein und greife, was du greifen kannst. Wenn du im halben Lotus bist und es deine Flexibilität zulässt, kannst du ja gerne optional mit deiner linken Hand hinter deinem Rücken deinen linken Fuß greifen. Nichts muss, alles kann. Finde deine Variante und bleibe noch für einen tiefen Atemzug hier. Dann richte dich langsam wieder auf und wir wechseln die Seiten. Streck dein linkes Bein aus und bring deinen rechten Fuß an die Innenseite deines linken Oberschenkels oder wenn du magst in den halben Lotus. Atme ein, hebe die Arme über beide Seiten nach oben. Atme aus, lehne dich mit Länge vom Brustbein geführt nach vorn und unten über dein ausgestrecktes Bein und greife, was du greifen kannst. Optional kannst du wieder in die gebundene Variante kommen, indem du mit deiner rechten Hand von hinten deinen rechten Fuß greifst. Denk dran, deine Yoga-Praxis, deine ganz persönliche Interpretation dieser Form. Auch hier noch einen ganz näherenden Atemzug ein und aus. Dann richte dich allmählich wieder auf und wir haben jetzt zwei Varianten. Entweder komm in den Schmetterling, dafür bring die Fußsohlen aneinander und lehne dich entspannt nach vorn oder wenn du mehr willst und dein Körper diese Position zulässt, komm mal einmal in den vollständigen Lotus und dann stelle deine Hände oder deine Fingerkuppen links und rechts neben dir auf und versuche einmal deinen Körper vom Boden zu heben und dann halte hier für fünf, vier, drei, zwei, eins, halten und dann leg wieder ab. Sehr gut. Löst das Ganze wieder auf. Stell die Füße vor dir auf. Auch alle Schmetterlinge kommen bitte wieder zurück. Und dann lass deine Knie hier so ein paar Mal wie zwei Scheibenwischer von der rechten zur linken Seite sinken. Von links nach rechts, von rechts nach links. und pendel dich langsam wieder ein, stell die Füße wieder auf, greife unter deine Kniekehlen und rolle Wirbel für Wirbel in Rückenlage. streck die Arme zu beiden Seiten raus, heb die Unterschenkel parallel zur Matte an, hüpfe dein Becken so ein Stück nach rechts und dann lasse deine Knie ungefähr in Nabelhöhe zur linken Seite sinken. Blick zur Decke oder zur rechten Hand. Die linke Hand, wenn du magst, auf deinen rechten Oberschenkel. schließt die Augen, entspann den Körper und erlaube dir hier mit jedem Atemzug immer schwerer in den Boden zu sinken. noch ein Atemzug, tief ein und aus. Finde den Weg zurück zur Mitte und wir wechseln die Seiten. Hüpfe dein Becken ein Stück nach links. Lass deine Knie in Nabelhöhe zur rechten Seite sinken, den Blick zur Decke oder zur linken Hand. Bring gerne eine rechte Hand auf deinen linken Oberschenkel und lass deine Augen weiterhin sanft geschlossen. Genieß die Entspannung, die Leichtigkeit, genieße die Einfachheit und Schönheit dieses Moments. Auch hier noch einen tiefen Atemzug ein und wieder aus. Wunderbar. Dann finde achtsam den Weg zurück zur Mitte. Zieh die Knie einmal zu dir ran, umarm dich, mach dich zu einem ganz kleinen Päckchen und dann atme hier einmal tief, 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 ein, 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 halte. Und mit der Ausatmung lass los. Leg den gesamten Körper schweren Boden ab, lass die Füße auseinander rollen, leg die Arme bequem neben dich, lass die Handfläche nach oben zeigen und genieße deine Schlussentspannung. Zwei Minuten Shavasana und mit der Ausatmung wurden sie durchgeführt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ausatmung zwei Minuten und mit der Ausatmung auf mont함. Zwei Minuten und mit der Ausatmung und mit der Ausatmung die Knie und mit der Ausatmung der Ausatmung die Knie auf Vielen Dank. Vielen Dank. Komm langsam wieder zurück. Vertief den Atem. Beginn die Finger zu bewegen. Die Handgelenke zu kreisen. Bewege die Füße. Kreis die Fußgelenke. Zieh die Arme lang nach hinten über den Kopf. Streck und träge dich. Geh. Mach, was du jetzt brauchst, um wieder zurückzukommen. Wenn du soweit bist, dann finde den Weg über eine Seite ins Sitzen. Komm in einen Sitz deiner Wahl. Gerne den Schneidersitz. Atme hier ein. Heb die Arme nochmal ganz kraftvoll über beide Seiten nach oben. Atme aus. Bring die Hände vors Herz. Energie zentrieren. Senk den Blick. Und bedanke dich mit einem liebevollen Lächeln bei dir selbst, dass du dir heute die Zeit für dich und deine Yoga-Praxis genommen hast. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Vielen Dank für dein Strahlen und deine Energie heute auf der Yoga-Matte. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.